So, jetzt steigen Pico, Poto, Wamungo und Maria Jahn in unseren Tanzring. Wie soll ich sagen, der Paso Doble letztes Mal ist vielen ja ganz besonders spanisch vorgekommen. Umso gespannter sind wir jetzt auf Picos englischen Slow Fox mit angetäuschten Haken, noblen Geraden und zwei ganz gefährlichen Linken im Fußbereich. Das ist eine der wichtigen Erfahrungen in meines Lebens. Man muss dazu sagen, dass Slow Fox eindeutig mein Lieblingstanz ist, weil es eine fließende Bewegung ist, die für mich extrem natürlich und schön auffült. Das ist mein Lieblingstanz! Ich will erreichen, diese Level erreichen, was Maria will haben. Arme! Beide Arme! Arme! Deswegen bemühe ich mich. Bärse! Ballen, 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 ballen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Maria will Freude haben. Das war nicht schlecht. Ich bin zufrieden, ich bin sogar sehr zufrieden. Und ich weiß nur nicht. Let's get ready to rumble. Hier kommt Par 04, tanzt einen Slow Fox. Biko Botovamungo und Maria Jan. Rählers for Silhouette Roams are not for the sands No foam, no pool, no pats I ain't got no cigarettes But I got two rounds of pushin' brooms I got eight by twelve for the room I'm a man of man's but no man's King of the road Every engineer with every train And all the children and all the names Every hand out in every town And every light that ain't light When no one's around I sing trailers for Silhouette Roams are not for the sands No foam, no pool, no pats I ain't got no cigarettes But two hours of pushin' brooms Eight by twelve for the room I'm a man of man's but no man's King of the road 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 Ich weiss es wird immer ein Wunder geschehen Piko du bewegst dich Das war das schönste Sesseltanz des Abends Wie fandest du selbst? Erste Frage natürlich. Ich habe mich wirklich bemüht, die Leute glücklich zu machen. Apropos, ich habe so viel Liebe in meinem Herzen mit allen Teilen. Du möchtest die Liebe mit allen Teilen? Das funktioniert auf jeden Fall hier im Ballroom. Wir hoffen, es überträgt sich auch nach Hause. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Maria Jan war eigentlich der Meinung, dass Slowfox ihr Lieblingstanz ist. Ist oder war? Ich war und bin es aber trotzdem immer noch. Der Biko war auf jeden Fall richtig motiviert, gell, die Woche? Ja, sehr motiviert. Nach den Ferien ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Maria, nächste Woche weniger Show, mehr Schritte. Da habe ich gesagt, Biko, wird erledigt. Ist erledigt worden. Mal schauen, ob es die Jury auch erkennt, diese Entwicklung. Thomas. Ja, also ich finde, dass die Maria Jan diesen Nahkampf gewonnen hat. Es war so ansatzweise ein Slowfox zu erkennen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man eh schon so groß ist, dann sich noch mehr aufzurichten, wäre an sich gefragt bei der Geschichte. Und insgesamt war es ein sehr amüsantes, nettes Bild. Dankeschön. Ja, der Hann ist schon auch ein bisschen angezählt aus. Wie hat es dir gefallen? Ich bin nicht zufrieden. Sie waren viel zu schnell, wie sie da begonnen haben mit dem Rhythmus. Da unten waren sie schon in der Sommerzeit. Viel zu schnell. Aber der Titel heißt der King of the Road. Sie sind der King of the Floor. Danke. Ich finde, man sieht, dass da einiges passiert ist in der letzten Woche. Und der Mann wollte noch mehr Schritte einbauen. Also der will lernen und will nächste Woche noch mit dabei sein. Schauen wir mal, ob die Zuschauer anrufen, wie viele Punkte es von der Jury gibt. Vielen Dank, Biko und Maria. Dankeschön für diesen Slow Fox. Wie gesagt, nächste Woche wollen die beiden am Freitag natürlich wieder mit dabei sein. Das liegt, glaube ich, sehr in ihren Händen heute Abend. 090 10 59 09 04. Das ist super. He, super. Heute geht es ein bisschen weiter rüber, als wenn ich mit der Kameraposition. Du brauchst schon Platz. Du hast, das ist mir aufgefallen, ich weiß, ob es dem Ballersch aufgefallen ist, der Ballersch hat dir das Versprechen, ich hab mir das letzte Mal, du darfst nie meinen Basso doble tanzen, ich hab genau zugeschaut, dass mir kein bissel Basso doble dabei ist. Und ich liebe dein Selbstbewusstsein, bei der Marz, wie du gesagt hast, so schwer ist das geworden, wir sind alle hier niedergebrochen, es ist großartig. Aber, wir kennen dich als Pastor, du warst Boxer, was die meisten nicht wissen, du warst auch Schauspieler. Ja, stimmt. Wir haben, ja stimmt, sagt er. Du warst in einer Tatort-Folge. Ja, weißt du noch wann? Ich war in zwei Tatort-Folgen. In zwei Tatort-Folgen. Ja, und in zwei Filmen mit Bill Cosby und eine mit Gunter Lambrecht mit den 12 Filmen in München. Ja, weißt du noch, wann die Tatort-Folgen waren? Waren ungefähr? Oh, ist schon lange her. Ist schon lange her, ich weiß es, wir haben nämlich recherchiert, es war 1990 und zufällig haben wir einen kleinen Ausschnitt aufgetreten. Bitte sehr. Pass auf die Linke auf. Die Linke. Du drohst dich. Und dann rechts. In der nächsten Runde liegst du im Eck und stinkst. Hab ich dir schon gesagt, dass der Frau im Bett an mir ist? Weißt du, was du gesagt hast? Ja, weiß ich, genau. Weißt du, genau. Könntest du das wiederholen? Nein. Heute ist so schwer, ich kann nicht mehr so. Ja, ja, weißt du, dass deine Frau im Bett eine Nitte ist? Und das würdest du nie sagen. Wahrscheinlich hast du in Wirklichkeit gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und du hast einen Boxer gespielt. Genau. Wahnsinn. Auf die Rolle hast du dich dein ganzes Leben lang vorbereitet. Richtig. Du kriegst von mir einen Oscar fürs Lebenswerk. Jetzt. Da, da trägst du mich hinaus in den Ball rum. Wir bitten um die Punkte. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hannes. Drei. Bolasch. Auch drei. Nicole. Für die Extraschnitte. Vier. Und Thomas, bitte. Drei. Insgesamt 13 Punkte. Neuer Rekord, Pico. 13 Punkte. Eine Glückszahl. Eine Glückszahl. Okay. Okay.